Willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Ich brauche noch ein paar Bündchen hier. Oh, magst du nicht? Was war das jetzt? Mal schauen. Das kann, glaube ich, keine Rebellion haben. Nee. Huh? Oh, jetzt mal der Hubschrauber. Okay, wir müssen da rüber. Shit. Sehr schön. Gucken wir mal hier noch was finden. Ich glaube sogar, dass wir hier lang müssen. Was war dann auf der anderen Seite? Ah, ein blauer. Uh. Weg mit dir. Okay, wir müssen wirklich da hinten lang. Oh, oh. Oh, oh. Tschüss. Ähm, okay. Alles klar. Da oben ist auch noch so ein Minikit. Toll. Da brauche ich bei den anderen da oben. Und da habe ich auch niemanden zum Schießen. Das kann ich auch nicht lösen. Okay, dann haben wir das da fertig. Bis jetzt haben wir noch keinen Lodenstein gesehen, beziehungsweise gefunden. Das sind wir noch nicht erst weggeflogen. Hier kommt man an den Stein dahinter. Oder haben wir die Fähigkeit noch nicht? Schön für dich. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer Mega-Attrakte... Das Schiff ist da. So früh schon? Oh, du liebes bisschen! Hast du das gesehen? Okay, mal gucken. Kannst du dem Reporter helfen? Er steckt fest. Ich habe versucht, ihn rauszuziehen, aber ich kann ihn nicht greifen. Ich schau mal, was ich hier jetzt erst mal finden kann. Kannst du schreien eigentlich? Nee, ne? Nee, kann sie nicht. Wir brauchen natürlich wieder Kohle, oder? Muss ich das? Muss ich das? Heute musste ich mit bloßen Händen Brathähnchen essen. Ich Idiot. Du musst ihm helfen. Na komm raus, Digga. Weiterziehen. Okay, da muss ich hier rüber dann, aber... Natürlich machen wir erst mal hier alles für dich. Wo ist die Crew? Können wir nichts bauen? Oh Mann, wärst du nicht da gewesen, dann wäre er... Na, dann wäre er nicht... Ich meine, da wäre jetzt nichts passiert, aber... Was? Danke. Hüpf, hüpf. Okay. Ich sehe dann zum Ansatz, ob man hier was machen könnte. Weiß bloß noch nicht was. Was ist hier? Hier. Okay. Kann ich da nochmal weg? Ich würde da erstmal den da helfen. Ach, das kann ich gar nicht. Kontrolliert den Laderaum. Vielleicht gibt's noch Überlebende. So, und den armen Kerl kann man hier nicht helfen, ne? Nee, nee, kann man nichts machen, ne? Amen. Ah, ich hab ihn. Komm her, ich hab ihn. Oh, jetzt dachte ich da hin, weil was versteckt, aber... Aber hier kann man doch drüber, oder? Nee, kann er nicht. Stellt sich wieder an hier. So, auch nichts versteckt. Oh Gott, das ist doch der Ewig. So, Digga, jetzt können wir die hier irgendwie freien. Ups. Okay, was sind wir denn jetzt hier? Ist da irgendwas Besonderes? Was? Was? Du, boah, ich Idioten schon retten und dann kommt der so scheiß da her. Äh... Ach, da brauche ich den anderen, wenn er den nick... Ach, da geht's auch noch hin. Ah. Ah. Ai. Okay, das musst du mal, ne? Ich seh' keine Piraten. Was? Das war jetzt gar nicht so. Da hin kommen wir durch, glaub ich. Schon klar, schauen wir erstmal hier. Kommst du da durch? Nee. Ich versteh' nicht, was mit der Crew passiert ist. Oh, haben wir hinter dem Schiff nach Wasserskiern gesehen? Oh, oh. Ihr gehört nicht zur Crew. Und? Geht er das Versanden oder was? Okay, mal gucken, was wir hier noch finden. Okay. 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 Good job, boss. Und jetzt mehr die Crew. Ehrlich? Ganz genau! Oh mein Gott. was macht ihr hier geht euch gar nichts an so da gibt es ein dino ich bin gespannt ob er hier noch 100 prozent kriegen nein lassen sie das wir werden ein größeres boot brauchen der weiße wir haben alles hier um das tier zu bändigen wir müssen es zum hafen bringen wo ist das jungtier in einer gesicherten anlage darum wo ist diese anlage wie finden wir den großen wir folgen den schreien bestimmte verfolgungsjagd oder wie ich es wusste das klappt schützt schützt und schütte mami oder wer haben wir gewissen der ist richtig sauer außer den kleinen hier für die autofahrt Ist der Kleine aber munter geworden? Du bist im Garten, wie du es fährst? Ja, der Arten ist auf der Hand in der Ecke. Kommst du da irgendwie durch? Gute Frage. Sehr nice. Ähm, 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 ähm. Dann wollen wir mal. Bereit? Wo ist der Rex? Ist der noch hinter uns her? Oh ja. Doctrine, willkommen! Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich will den Kleinen! Oh, da bist du ja. Ja, das war die vergessene Wild. Und damit haben wir die Geschichte eigentlich auch beendet. Und die noch müssten wir hochkriegen. Brachiosaurus-Session. Geschichte beenden. Christie beenden. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH